Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser Prognose. Ihr seht, die Champions League wird bei mir in vier Teile geteilt, weil es auch in vier verschiedenen Wochen gespielt wird. Frankfurt ist dabei, Leverkusen nicht, weil es den Gegner, ich glaube Ludogorets Rassgrad oder Krasnodar, gibt es halt bei FIFA nicht, deswegen konnte ich die nicht machen. Naja, viel Spaß mit der Champions League und mit Frankfurt. Los geht's! Vor einigen Wochen hätte man sicherlich noch gesagt, das wird eine ganz klare Sache für PSG, aber Manchester United hat zuletzt wirklich aufgeholt und ist in der Liga extrem erfolgreich, hat dort einen Lauf und Paris hat sogar mal in der Liga gegen Olympique Lyon Federn gelassen. Heute waren sie aber in weiß gekleidet, deutlich besser drauf zu anfangen, auch wenn die erste Möglichkeit nach 14 Spielminuten von Marquinhos noch nicht wirklich gefährlich wurde für den Kasten von De Gea. Aber die Gäste spielten weiterhin sehr gut nach vorn und Manchester United erstmal nur in der Defensive aktiv und das mussten sie auch werden, da Paris eben extrem viel Druck ausübte. Gutes Zusammenspiel jetzt hier und dann Cavani auf Julian Draxler, es stand 1 zu 0, 18. Spielminute, hochverdiente Führung für die Gäste. Manchester United einfach viel zu passiv in der Anfangsphase des Spiels und so konnten sie dann auch gar nicht erfolgreich werden. Jetzt warten sie aber auf im Folge des Gegentreffers. Das ist ja jetzt auch ein vernünftiges Passspiel. Matic kommt nicht durch und dann Rashford, der Buffon testet, aber etwas zu zentral getreten. Vor der Pause aber wurden die Gäste wieder aktiver. Elinson Cavani, Di Maria, Julian Draxler fasst mit dem Doppelpack, aber De Gea ist diesmal aufmerksam. Dann beschwert sich da auch bei seinen Vordermännern völlig zu Recht. Das geht hier zu leicht und das ist dann eine schöne Reaktion des Spaniers. Eckstoß nochmal vor der Pause von der linken Seite und Edinson Cavani macht das 2 zu 0. Steht am ersten Pfosten bereit, hält den Kopf hin und dann über De Gea hinweg ins lange Eck. Da steht keiner am zweiten Pfosten. So ist es dann nicht mehr zu verhindern. Zur Pause das 0 zu 2. Große Aufgabe jetzt für Manchester United. Die Auswärtstore muss man ja sowieso immer nochmal besonders betrachten in K.O.-Runden. Und das dürfte jetzt eine extrem schwere Aufgabe werden für Manchester United, auch im Hinblick auf das Rückspiel. Und Paris wirkte auch nicht so, als hätten sie jetzt Lust hier groß Leine zu lassen. Bayley erstmal dazwischen beim Schuss von Marquinhos. Der war heute auch offensiv extrem auffällig und Bayley hält den linken Fuß rein. Der anschließende Eckstoß wieder für Gefahr sorgt. De Gea mit dem Fehler und jetzt ist Marquinhos auch erfolgreich. Dritter Torschuss des Mittelfeldmanns. Und in der 53. Stand ist dann 3 zu 0. Und jetzt war es extrem schwer für Manchester nochmal aufzuwachen. Aber jetzt bemühten sie sich tatsächlich auch mal nach vorne zu spielen. Jesse Lingard über die rechte Seite. Die Flanke auf Paul Pogba. Und der Franzose mit dem 1 zu 3. 67. Spielminute. Jetzt müsste schon Wahnsinniges passieren, aber PSG ja schon einmal gegen Barcelona beispielsweise spektakulär. Nach einer eigentlich sicher geglaubten Führung noch rausgeflogen. Aber die Zeit lief davon. 10 Minuten noch. Und das 3 zu 3 wäre hier eigentlich Minimum dafür wichtig, um noch Chancen zu haben aufs Weiterkommen. 2 zu 3 so die Minimalchance. Aber ein 3 zu 3 wäre doch deutlich realistischer. Alexis Sanchez kriegt den Ball hier dann aber nicht mehr auf den Kasten gezogen. Buffon war schon draußen. Das hätte es also sein können. Und 5 Minuten vor dem Ende nochmal ein Eckstoß. Von der rechten Seite immer wieder erfolgreiche Standards oder gefährliche Standards. Auf beiden Seiten bei Manchester United war es aber nicht ganz so ertragreich wie eben bei PSG. Und die letzte Möglichkeit von Paul Pogba wurde dann verhindert von Buffon, der sich hier nochmal auszeichnen kann. Am Ende gewinnt PSG mit 3 zu 1. Auch in der Höhe nicht ganz unverdient. Vielleicht ein Tor zu hoch. Aber Manchester United war die schwächere Mannschaft und muss sich hier erstmal geschlagen geben. Aas Rom gegen den FC Porto. Eine Partie im Achtelfinale der Champions League. Nicht unbedingt der Außenseiter, aber zumindest der eventuellen Überraschungsteams. Auch wenn man im Hinblick auf die letzte Saison der Champions League auf Rom verweisen muss. Die haben da doch ordentlich Stunk gemacht. Und auch hier gegen Porto waren sie von Anfang an gut drauf und spielten einen extrem guten Stiefel einfach runter. Und Porto war etwas überfordert. Das ist Florenzi, der nicht wirklich angegriffen wird. Passt Tore auf Edin Dzeko. Und das 1 zu 0 für die Gastgeber. 22. Spielminute. Hochverdiente Führung für AS Rom. Von den Portugiesen kam wirklich wenig. Und hier ist dann auch der große Ika Casillas geschlagen. Klar, aus der Distanz ist nicht mehr viel zu machen. Der schlägt nicht genau ein. Aber Edin Dzeko weiß, wie er den Ball platzieren muss. Dass da kein Keeper der Welt mehr rankommen kann. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Und weiterhin nur die in rot gekleideten Gastgeber aktiv. Das ist Florenzi mal wieder. Gestört, aber Edin Dzeko bekommt dann über Umwege den Ball. Und den Abschluss auch trifft nur das Außengebälk des Tores. Casillas wäre sonst auch in der kurzen Ecke da gewesen. Und tatsächlich ein Fehler dann mal im Aufbauspiel der Roma. Und nochmal Manolas. Was für ein Fehler. Und das könnte jetzt schmerzhaft und teuer werden. Brahimi und dann Hernani. Aber Olsen hält hier das 1 zu 0 fest. Ein einziges Auswärtstor. Und der FC Porto könnte schon wieder hoffen. Glück in dieser Szene, dass das nicht bestraft wurde. Vor der Pause nochmal die Gäste. Soares mit dem Kopfball in der 41. Spielminute. Jedoch keine wirkliche Gefahr in dieser Szene. Zur Pause start es dann 1 zu 0. Die verdiente Führung, auch wenn rumzuletzt vor der Pause dann etwas nachlässig wurde. Vor allem der Fehler, eben der aber nicht bestraft wurde. Kurz nach Wiederanpfiff nun die Portugiesen-Spielbestimmen da. Das ist in diesem Fall Soares mit dem Abschluss. Aber Olsen kann sich wieder auszeichnen. Pariert den Ball wirklich gut. Und lässt nichts anbrennen in dieser Szene. Ein guter Rückhalt auf Seiten der Roma. Immer wieder Eckstöße, auch für Gefahr sorgend. Auch in diesem Spiel. Pastore von der rechten Seite. Springt ihn auf den Elfmeterpunkt. Federico Fazio mit dem 2 zu 0. 65. Spielminute. Gewinnen würde Porto hier wohl nicht mehr. Und dennoch muss man beachten, wie schon eben erwähnt, ein Auswärtstor. Und die Vorzeichen fürs Rückspiel wären komplett auf den Kopf gestellt. Doch Porto machte keine Anzeichen, hier wirklich nochmal nach vorne zu spielen. Hingegen Roma nochmal motiviert, einen draufzulegen. Das 3 zu 0 wäre dann wohl die endgültige Entscheidung gewesen. Pastore aber mit dem Schuss, der pariert werden kann von Casillas. So bleibt es beim 2 zu 0. Das ist auch eine durchaus ansprechende Ausgangssituation für die Roma. Und der FC Porto hat eine Riesenaufgabe im Rückspiel dann zu bewältigen. Tottenham muss einige wichtige Spielerausfälle bemängeln. Kane fehlt, Dele Alli fehlt. Und Borussia Dortmund, ja, die mussten auf Marco Reus verzichten. Also vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit oder ausgleichendes Pech. Der BVB spielte hier aber von Anfang an durchaus mutig. Das ist Mario Götze, legt den Ball einmal rüber zu Witzel. Bekommt den Ball dann wieder und schießt den in der 6. Spielminute hinein ins Glück. Erster Torschuss der Partie und die schwarz-gelben Gäste von Lucien Favre. Topmotiviert eingestellt mit dem Führungstreffer. Die viel mitgereisten Dortmunder durften sich freuen. Super Abschluss! Nicht zu halten für Hugo Loris. Der ist einfach gut angedreht und vernünftig platziert. Dann kann sich Loris in dieser Situation nicht mehr strecken. Von Tottenham nach vorne erschreckend wenig zu sehen. Wir sind schon eine halbe Stunde in der Partie und das ist dann mal wieder ein Angriff der Gäste. Mario Götze, Thomas Delaney mit dem Abschluss. Aber Alder wählt es dazwischen und verhindert, dass der aufs Tor ging. Der BVB konnte absolut damit leben, dass es kaum Torchancen gab. Wie gesagt, über eine halbe Stunde gespielt. Und das hier waren die Highlights für den BVB eben extrem positiv zu erachten. Das ist Eriksen über die rechte Seite mit der Flanke. Aber sie brannten nicht durch die Sicherung bei Dortmund. Sie waren hochkonzentriert, verteidigten richtig stark. Und so stand es zur Pause auch dann verdient. 1 zu 0. Dortmund war eiskalt. Doch der Druck der Spurs wurde jetzt logischerweise höher. Sissoko über die rechte Seite mit Eriksen. Aber auch hier wieder ein Indiz, wie gut Dortmund verteidigte und spielte. Witzel mit der Grätsche überragend gemacht. Der Druck wurde jetzt aber höher. Der Gastgeber Christian Eriksen wird nicht angegangen. Diallo, Weigl dann mit dem Fehlpass. Sissoko auf Christian Eriksen. Traumtor zum 1 zu 1. 57. Spielminute. Die Hoffnung bei den Gastgebern war zurückgekehrt. Wunderbares Tor. Und jetzt war auch der BVB und in Person von Roman Bürki vor allem geschlagen. Aber nie im Leben ein Vorwurf. Da muss man Julian Weigl vielleicht fragen, was er sich bei diesem Ball gedacht hatte. Klasse Leistung zuletzt als Innenverteidiger. Hingelegt jetzt hier mit dem Fehler. Kann passieren. Ist aber dennoch extrem bitter und ärgerlich. Jetzt wurden die Gäste aber wieder stärker. Mario Götze setzt sich hier gut durch gegen Sanchez. Hat dann auch noch die Übersicht für Rafael Guerreiro. Der legt auch nochmal nach außen. Delaney mitgekommen und Guerreiro mit dem Kopfball. Bringt 20 Minuten vor dem Ende. Lloris nochmal in Schwierigkeiten. Spitzer Winkel. Der muss dann auch vom Franzosen gehalten werden. Trotzdem. Dortmund glaubte etwas mehr an den Sieg. Und das war ihm absolut zu gut zu halten. Eckstoß. Son erstmal auf der Linie. Doch es wurde nochmal heiß. Philipp. Und Lloris hält. Die letzten beiden Möglichkeiten der Partie gehörten. Also auch den Schwarz-Gelben. Am Ende kommen sie nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Trotzdem. Das sind gute Ausgangssituationen fürs Rückspiel. Und Dortmund kann dann gut weiterkommen. Real Madrid zu Gast in Amsterdam in der Johnen Cruyff Arena. waren die Königlichen zu Gast und auf dem Weg dazu, den Champions-League-Titel eventuell erneut zu verteidigen. Das ist auf jeden Fall der Plan. In der Liga können sie nicht mehr so viel gewinnen. Und deswegen ist es wichtig für sie, diesen Titel für sich zu gewinnen. Karim Benzema mit dem 1 zu 0 in der 26. Spielminute. Setzt den Kopfball rein. Bis dahin war fast gar nichts los. Aber das macht der Franzose grandios. Und er schlägt dann perfekt oben im Eck ein. Halbe Stunde knapp gespielt. Die in Dunkel blau gekleideten Gäste waren extrem gut drauf. Und wollten jetzt den nächsten Treffer erzielen. Lukas Vazquez scheitert hier aber. Muss hier den 2 zu 0 Treffer erzielen. Ajax Amsterdam etwas zurückhalten. Und harmlos haben ja auch schon bewiesen gegen Bayern, dass sie gut mithalten können. 3 zu 3 ja das sechste Gruppenspiel absolviert. Courtois kann sich dann in der 34. Minute hier mal auszeichnen. Denn ansonsten war er im ersten Durchgang nahezu beschäftigungslos. Und somit die Führung für Real Madrid auch absolut verdient. Nach 45 Minuten ließen sie eben fast defensiv gar nicht zu. Jetzt wieder Real Madrid im zweiten Durchgang besser. Casimiro wird aber erstmal von Delikt gestört. Bale kriegt den Ball dann nicht mehr gefährlich in die Mitte. Es war aber auch kein Handspiel. Alles okay in dieser Szene. Eine Stunde jetzt von der Uhr. Und Ajax Amsterdam wollte auch mal wieder nach vorne spielen. Tadic nimmt über die linke Seite seinen Verteidiger mit. Die Flanke ist nicht schlecht. Und in der Mitte kommt auch der Kopfball zustande. Aber Courtois direkt auf den Mann hat dann kein Problem. 25 Minuten noch zu spielen. Lukas Vazquez hat hier die Übersicht. Benzema und Luka Modric muss es hier machen. Das weiß er selber. Ärgert sich dort. Über seinen Abschluss mit dem linken Fuß ist nicht sein stärkerer. Trotzdem musste er zumindest auf den Kasten kommen. Die Gäste blieben aber dran. Benzema, Casimiro auf Toni Kroos. Und das 2 zu 0 in der 80. Spielminute. Machte die Situation für Ajax Amsterdam jetzt nicht wirklich einfacher. Das 1 zu 0 wäre ja vielleicht in irgendeiner Dimension noch möglich gewesen zu retuschieren im Rückspiel. Aber das 2 zu 0 war jetzt sowas wie der Killer. Auch wenn sie es dann nochmal versuchten. Das muss man ihnen zugute halten. Zirch hat den Ball hier lange am Fuß. Dolberg nochmal mit dem Abschluss. Aber Courtois konnte auch das dann noch parieren. 5 Minuten vor dem Ende. Die letzte Möglichkeit in diesem Spiel. Und somit setzt sich Real Madrid mit 2 zu 0 durch. Und wird dann wohl vermutlich nichts mehr anbrennen lassen im Rückspiel. Wenn keine verrückten Dinge passieren, ist Real Madrid damit auf dem besten Wege ins Viertelfinale. und wird dann eventuell auch in dieser Saison den Titel verteidigen können. Schachter Donetsk aus der Champions League ausgeschieden und jetzt dafür den Trostpreis? Fragezeichen Europa League für Eintracht Frankfurt. Und den ganzen Vereinen ist das hier eine riesige Belohnung. Und so spielten sie von Anfang an. Kostic mit der Flanke, Sebastian Rohde mit dem Kopfball und der Rückkehrer nickt in der 5. Spielminute ein Jahr nach nominiert. Das geht dann ab der K.O.-Phase wieder und den setzt er super rein. Setzt sich da durch, schön gemacht, wird noch gestört. Aber zu parieren ist dafür Piatow dann nichts mehr. Und Eintracht Frankfurt war hier die bessere Mannschaft. Kostic wieder, Sebastian Aller mit dem Kopfstoß auch. Aber trifft in dieser Szene nur das Außennetz. Was war mit den Spielern aus der Ukraine los? Mal ein langer Ball von Ismaili. Einfach auf gut Glück nach vorne gebolzt. Tyson setzt sich dann auch gegen Da Costa durch. Kovalenko ist im Strafraum mit dem Abschluss, der aber einen wie Kevin Trapp nicht wirklich beeindrucken kann. Nochmal vor der Pause, aber Donetsk, Kovalenko nochmal liegt drüber. Und was für eine Parade von Kevin Trapp. Der Teufelskerl wäre auch abseits gewesen. Trotzdem gut für die Moral ist es auf jeden Fall. Zweiter Durchgang und Schachter-Donetsk arbeitete weiter mit langen Bällen. Kovalenko auf Tyson. Und da fehlte jetzt wirklich nicht mehr ganz viel. Haarscharf streift der über die Latte rüber. Aber Glück für Frankfurt in der Szene. Kovalenko jetzt aber immer auffälliger. Und Tyson vor allem. Guter Ball. Nicht im Abseits. Tyson wird nicht richtig angegangen. Weil die Mitte auch zugemacht werden muss von Dicker. Und Tyson nutzt das aus. Zugegeben nicht viele Schachter-Fans waren da. Aber die, die da waren, freuten sich. Bitter für Kevin Trapp. Der ist noch dran. Lenkt den Ball dann aber an den Pfosten. Und von dort geht er dann ins Tor. Aber Frankfurt ließ sich davon nicht groß beeindrucken. Kostic mit dem nächsten Abschluss. Die Führung schon wieder denkbar gewesen. Pjatov war aber wieder da. Und parierte den Ball aus spitzen Winkel. Zaya spielt den Ball deswegen gute Aktion. Jetzt wurde es aber offener. Nochmal Schachter, Donetsk, Kovalenko. Und Kevin Trapp lenkt den Ball an den Pfosten. Riesenszene des Torhüters. Der Eintracht mit dem Knie lenkt er ihn eben ans Aluminium. Schlussphase. Nochmal Eintracht Frankfurt. Da Costa im Strafraum. Legt den Ball clever zurück auf Luka Jovic. 85. Spielminute. 2 zu 1 für die Eintracht. Die Entscheidung in diesem Spiel. Nach weißer Weste in der Gruppenphase. Auch die weiße Weste im ersten K.O. Spiel. Eintracht Frankfurt gewinnt mit 2 zu 1. Und hat damit eine super Ausgangslage fürs Rückspiel. Das dann in Frankfurt abgehalten wird. Luka Jovic ist der Torschütze des Tages. Am Ende macht er das 2 zu 1. Und Frankfurt gewinnt auch. In dieser Höhe verdient. Jo, das war die Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben. und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.